So, wo liegt dein Zeichen? Hast du den Ring an? Ja, der liegt da. Ich habe meinen Ring an, ja. Der liegt da irgendwo in der Nähe vom Feuer. In Richtung des Ausgangs. Ja, ich sehe es. Jetzt ist es vor mir aufgeploppt. Ja, du nimmst mich. Ich sehe. Da ist er. Hallo. Erstmal begrüßen. Erstmal begrüßen. Hallo. Die Mensch, der mich umbringen will. Hey, man muss ja seine sozialen Kompetenzen irgendwie. Hallo. Müsst du nur die Sun prizen. Schade, ich kann ihn nicht anvisieren, aber warte, ich probiere immer was aus. Ah. Da springt er weg. Wieso das passiert? Ja, sicher, sicher. Aber ich will da jetzt nicht reingehen, weil da sind einige Hunde und so. Er rasselt aus mit dem Feuer. Kannst du da ein bisschen ausräumen? Ha! Was ist da passiert, Alter? Alles tot? Ne, ne, da vorne ist der Typ. Warte, ich mach das nicht mal. Ich habe doch hier, ne? Ach so, da ist auch schon. Soll ich meine Anreiter kommen? Ah, ne, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Shit. Ah, ich krieg mal erstmal die Hunde da. Ah, ich wurde angeschla... Hinter mir! Ach, der ist auch noch da. Ja, ja, guten Tag. Ja, guten Tag, okay, ja, Sir, wie auch immer. Ich wundere mich schon, ein Hit, ich bin fast dauernd. Scheiß, magier am scheiß Leben. Okay, den schieß ich nicht ab, den sage ich jetzt auch rüberkommen. Willst du jetzt mal gegen ihn alleine kämpfen oder so? Ja, okay, ich kämpfe gegen ihn alleine, denn du schaust mal zu hier. Ja, wir wollen mir das signalisieren, weil ich als Magier, wenn ich hinten stehe, denkt er ja auch an der Seite, dass ich gleich abfeuer. Ja, dann steck dein Wend weg. Danke. Nein, ich hab ihm gesagt, dass er überkommen. Jetzt gehst du mit ihm in die Ecke, zack, Backstab. Nein, der wartet da immer noch. Ja, warte, lass mich mal, komm, ich werde ihm mal meine Meinung sagen. Komm. Aue. Los! Oh no, du bist! Oh, der schießt vor dem Wege, ich hab ihn getroffen! Er kann nicht ewig rollen. Ich kann aber auch nicht ewig feuern. Okay. Er wird auf die harte Tour. Bohohohohoho! Da sind immer die fetten Zeroller loswerden! Da ist er! Los, Trevin! ja das geht doch nicht ich habe nichts mehr wir brauchen die feuersturm ich habe mir wieder gerade richtig episch zuschlagen wollte ja ja ich habe mich gekillt auch mal die halbe zauberei weggeballert was hast du nicht diese komischen kräuter mit denen du deine zauber habe ich aber ich werde nicht verschwenden noch ist alles gut aber die fetten zauber muss man ja obwohl ich töte kann ich habe das gilt ich habe das gilt ich brauche nur zehn was anderes ich weiß jetzt nicht mehr das ist immer das ist der drucken oder einfach wieder partie hat da drinnen doch mal ich kämpfe gegen sie alle mann ja ich kann eigentlich meine meine heilzauer benutzen aber ich habe ja schon zweifel ist das dann ja nicht mehr oder auch wie viel wie viel plus hast du es eigentlich dann ist das flakon ein echtes flakon was ist mir ja ich habe hier aber das ist das fünfte und das erler ja genau hast du in die plus bekommen oder hast du schon den fünften habe ich schon im new game bekommen irgendwann also okay weil ich schon ein menschen will jetzt kann es schadet nicht ich habe eine robe nein bleib ich will nicht die magiker hinter mir sehen die magiker in der robe stell dir vor es wird so eine art Geschichte werden der magiker mit der magiker in der robe geschrieben bei der gaylord ich wollte vor der tärin der war der märche ach so ich weiß ich weiß es kann jetzt so für das jahr die glockene die leute weiter hat den getrocknen warum fähig nicht um der hat doch ein bisschen zack zack mit der trifft mich nicht ich stehe direkt vor ihm es sind die ganze zeit diese komischen zauber und er schafft es einfach nicht zu treffen okay wir gehen runter ne weil wir seine taktik wir lassen den erstmal hoch hier und dann wenn einer hoch gekommen ist gehe ich runter kämpfe gegen den da unten und du kämpfst gegen den hier oben im plan direkt okay jetzt muss ich da nicht gehen ich kämpfe gegen den anderen alles da jo, junge ein hit alter machst du ein hit oder machen damit ja ja ne schon jetzt mal wirklich umbringen aber richtig gehasst nicht 20 mal umgelegt oder so er will ich nur alleine machen musste keiner meiner scheiß teammates war irgendwie fähig dazu einen davon abzudenken weißt du da kamen alle drei auf mich und denn mein rushing pole zerbricht ich brauche eine andere waffe jetzt schon ich bin warum kannst du nicht dort eine humanity verballer der lusche was zu gesehen wie ich das geregelt habe das war so war ja er war genau wie meiner bekämpfen er ist eine konflikt von hinten nehmen aber wir hoffentlich richtig richtig warum in werde keiner das war lustig von hinten und was von vorne hat mich wohl umgehauen ja der keine ahnung die können auch für romantie manchmal manchmal auch nicht ach so ja neben die hand und dann leuchten deren hände so verfolgen die brennen dann so und dann macht man ich mache das feuer da vorne finde ich auch an und auf andere machen ja ich kann einfach nur die kistung mal schmeißen das ist viel komplizierter ist das manchmal so oft ne weil wir das erste erst mal durch zufall weil er gelaufen bin das teuer aber pass auf ich zeig dir mal über das ganz sicher machen kann kommt immer her hol mal her kommt okay jetzt was auch das ist ein sehr spezifischer trick ja ich bin schon muss das ding anspringen und zwar ganz gerade das mache ich mal ganz kurz für dich das ist durch war das denn jetzt geschafft da muss ich meine aufnahmen gesehen voll buggy okay ja übermäßig ist einfach da geblieben wo sie immer ist einfach ich kann man kann ja schon mal das geht worldmaster der dron haastet abon feier er wills was mit ok pass auf ok erste die töten wir wieder so wie vorher ok und dann warum bin ich runter warum so ein headset mein mikrofon wieder war ich hasse das ich brauche neues dankeschön ich muss kurz an meinem mikrofon rumspielen können ein bisschen laut sein aber jetzt hat sich ja gut ein beschissenes mikrofon ja rein ach so ich habe du willst erst ja los ich hatte direkt den first attack den sie bringen oh falscher kopf ich brauch gar nicht einen zauberer zünden haa bitch der ain't got shit on me oh shit ich got shit on me nein ich stehe ich kack im kreis du schaffst das schon ja schaffen werde ich es aber also hoffe ich ich wollte es doch mit dir machen ist doch egal man you can do it you can do it aber der zweite kommt jetzt wenn ich hier hoch gesprungen wenn ich ihn erst bekämpfe da kommt er mit ankündigung mit ankündigung und runter wir sehen ihn schnappen die 6000 oder so ich will auch noch wegen dir wagt auch gegen 2 ist aber ganz schön gay okay okay gab es wenn wir hart ich bin da und jetzt ich mache das ich mache es dass er im besten noch ins sind sterben ja und dabei blut okay bleib ich sie looten während sie bluten BAM! Weißt du was? Ich mach jetzt Feiersturm! Trotzdem! Er hat dichs rausgelehrt! Du kommst einer und fucking kehrt! Immer schon hinter dich stehen, damit du den Schaden kriegst. Vor allem trifft die nicht, ne? Während der Animation. Ja, oder wenn ich so gedrückt bin, trifft er dich wirklich nicht. Okay, ich geh jetzt runter! Hell yeah man! Don't fuck you up! 30.000 Seelen hab ich jetzt. Hui! Ah, ich werd auf dem zweiten, bevor ich irgendwas artikel. Warum bist du auch runtergegangen? Ja, weil ich es kann. Ich dachte... Okay. Ja, ging eins schon wie es ja. Denk ich. Ja, ging mir das vorher auch so nicht geschafft, ey. Ja, da war ja erst ein Stück... Oh Gott! Ich kann ihn nicht aufhalten, wenn er zu dir geht. Das ist scheiße. Oh! Jetzt erzeugt auch mal, ey. Wenn das Schild auch immer mach ich kein Damage. Wenn der ist voll auf der Position anzeigen Ah kein Problem Wir müssen einfach mal die Sun praisen Ach so, da war es noch gar nicht, ne? Äh, doch Da habe ich doch auch mein Geestcher Oh, soll ich das denn wissen? Ey, dann bist du ja voll weit, Junge Wolltest du nicht auf mich warten? War da nicht mal irgendwas? Wo soll man zuerst hingehen? Okay, ich brauche gar nichts zu sagen, er läuft schon Ey, sollen wir jetzt zum Turm gehen? Ja, gehen wir zum Turm Ne, Turm ist aber unten lang Ja, pfff, mir egal Ich meine zum richtigen Turm Der Turm, wo die, äh, Lost Sinnerin drin ist Ach so, ne, ich dachte, ich rede vom Glockenturm Ne, ne, da können wir auch gar nicht rein Du musst mich dort drinnen rufen, weißt du? Nicht hier draußen Ach so, das, äh, Nebelgate und so? Ja, 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 Nebelgate BITCH! Oh ne! Nö, schlecht Nö, schlecht Vor allem, ach mal Ich hab hier noch nie, aber wirklich noch nie Und das wird uns einst permanent, aber hier noch nie Echt? Ja, weil, äh, keine Ahnung Ich hab's, der dreht am Anfang noch probiert und das war mir der Delay war mir irgendwie zu krass Ich muss mich einfach wahrscheinlich nur daran gewöhnen Oh, auch der Sprung Ooooooooh, bääm Wenn man da runter fällt, ne, und die Gegner sind noch da, dann hast du verkackt Ich hab' voll gute Idee, Junge Du hast voll verliehen Verdammt! Toll Ich hab' nicht durch Ich verbiss mich, du machst das schon Okay Oh Oh, das war knapp Was auch, wache Ne, hier oben rät man's jetzt so aus Ne, ne, das machen wir jetzt so Ach so, da drin Leute, da oben hast du auch noch erwischt Ja, das existiert einfach mal wieder nichts Ich hab' 87.000 Seelen Echt? Oh, verschwindest du die nicht Verschwindest du die nicht? Was geht? Jo Wow, müssen wir Er blockiert mich, fast Das ist ja hart gewesen Warte, soll ich dir das Schild holen? Äh Was ich schon habe? Ne Ahnung, willst du? Oh, da, 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 da Pfff, das ist besser Pfff, das ist besser Ah ah Waaah Pfff Häh? Pah Ich bin eigentlich voll getroffen Aber irgendwie eigentlich schon noch nicht Kann man, hat's bewiesen Sein Schwert ist, durchs dein Körper gegangen Oh Das ist reichei Kann man mich ja nicht hinsetzen jetzt? Ne, ne? Ne, mit mir kannst du dich da nicht hinsetzen. Und wir sind ja auch wieder hinter dem Box. Das bedeutet, wir müssen... Ich muss wieder weg, damit du weiter kannst. Warum? Du kannst nicht mehr weiter. Ach so, ja stimmt, wir sind jetzt rausgegangen. Ja, dann verpiss dich. Oh! Oh! Oh, ne! Hey! Prices an! Oh, das war falsch. Oh! Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Versuch ich mal den Typen jetzt zu... äh, riposten. Aua! Hahaha! Warte mal, lass mich den riposten! Ah, verpiss dich! Aha! Komm schon! Lass mich mal! Naaah! Nicht auf Feuer! Der trifft mich auch noch! Und ich auch. Du bist fast tot. Ist mir doch egal. Mach schon wieder Feuer! Warum... So, jetzt komm! Er batet mich gar nicht! Schon wieder Feuer! Wo und soll? Hahaha! Ich war hier einfach hinten, ne? Tu nichts! Alter, ich geh jetzt zurück. Richtig Felix! Ich hab deine Katze... Deine Katze heißt echt Felix? Ja! Kreativ! Was? Alter, der ist schon da seitdem wir... Nein! Seitdem ich äh, vier bin! Heute macht mich mit One-Hit mehr als 50... Oder war... Geh mal weg Junge! Nein! Ich bin noch gerade dabei gewesen! Verpiss dich! Nice! Ich war dabei Junge! Geh weg! Geh weg! Nein, Feuer! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg jetzt! Geh weg jetzt! Hahaha! Das ist verpiss dich, was ich mach! Dann kannst du doch eh nix! Hahaha! Der ist denn jetzt tot! Ey! Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll! Lappel! Geh weg jetzt! Feuer! Geh doch weg, Mann! Feuer! Ah, Alter! Ich krieg's nicht gebacken, ohne Scheiß! Geh mal weg jetzt! Du kannst das auch... Wie es geht! Ja, ich hab gerade No Damage bekommen! Das war schon ein Ansatz richtig! Du kriegst Feuer gleich ins Gesicht! Pass auf! Pass auf! Ich schaff das! Oh, jetzt ist er gerannt! Jetzt hab ich keinen Bock mehr! Mach ich fertig! Nein! Ah, dich halt erwischt! Dann ist das gut! Notte! Geiße! Du bist tot! Vielleicht! Ja, wenn nicht! Deine Ideen, ne? Wie gesagt, deine Ideen! Hahaha! Ich hoffe, du hast dich nicht ans Feuer gelegt! Oder gesetzt! Habe ich! Weg! Ja! Ey, legt einfach die Feuer an! Dreimal hintereinander jetzt! Komm schon! Und das vierte Mal! Und? Fünfte Mal? Wird das soweit? Nein! Ach, jetzt geh auch noch weg! Warte! Warte! Hey, pisse dich! Ach! Kippst doch nicht, ey! Oh! Hey! Feuer! Feuer! Meine Runde! Okay! Ihr darf einfach wechseln zu machen! Ich glaube, wenn du von links kommst, dann macht immer Feuer! Nice! Meine Runde! Hey, pisse dich! Oh! Warte! Okay! Siehst du? Gar kein Problem! Das war mir eine Ehre! Natürlich! Auch hier, guck mal einer! Schon wieder mit der Feuerhand! Meine Runde! Wie weg! Wie weg! Okay! Na verdammt! Ich glaube, ich muss kurz warten, bis er sich hingelegt hat, ne? Ich hab' zu schnell an! Normalerweise muss man ja so vor der Ticken! Naja! Wie ist jetzt alles angewunden? Ich muss noch ein bisschen üben, weißt du? Weißt du? Weißt du? Weißt du? Weißt du? Daneben! Stimm nicht! Oh Gott! Du kannst dich nicht um einen kümmern, alter! Oh mein Gott! Da gibt's ein Problem! Where is this on? Gap! Alter! Exi-Dinger nicht, ne? Exi! So was dann! Köder Schädel! Ganz wichtig! Erste, hast du dir niemals einen genutzt? Köder Schädel? Einen Köder Schädel? Ja! Nee! Wozu auch? Ich auch nicht! Das ist ja die Pussy-Taktik! Was sag' Junge! Oh! Ich geh da jetzt oben Menschen töten! Alter! Ich hab' eine Explosion! Der hat mich! What the fuck! Der hab' ich jetzt zeitweil! Nee! Kein Scheiß! Der hat mich nur zwei Mal mit seiner Hand gebitch snapped! Nur ich war tot! Und keiner meiner Plätze hat getroffen! Ich fühl mich so verarscht! Wer waren da überhaupt oben? Oh mein Gott! Hä? Diese Typen schlagen auch! Welche denn? Ja diese Explosionstypen! Ach echt? Ja! Ich hab' sie bisher so in der Springanimation gesehen! Mikrofon aktiviert! Ja da! Ja da! Da liegt es! Oh nein! Die Bugschüsse sind ja auch wieder da! Ach! Der nächste da grad weggemacht! Was geht? Boah! Äh! Fette den Körper kannst du überhaupt anders spawnen lassen! Boah! Ich kann grad nicht schneller laufen, ich hab Eisenfleisch an. Ach so, du hast... Warum? Keine Ahnung. Reduziert irgendwie gar kein Damage. Echt nicht? Ja, physischen Damage, ne? Ja, auch nicht. Du wirst langsamer. Ich wirst nur langsamer. Das ist der Challenge. Komm mit auf! Ey, einmal war hier ein Bug, ne? Oh nein. Ach so, hier war das der Bonattacke. Wop, 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 wop. Mal sehen, wie schnell ich falle. Hier, vor allem ist es normal, ne? Ääääääh. So ein Stück Scheiße, ey. Vor allem, vor allem hast du einfach gar keine Animation, du schwebst einfach. Ah, jetzt kann ich. Ganz wichtig. Unser Flugweg wegmachen. Oh, 1G+. New Game Plus, why the fuck. Du machst links nicht mal rechts. Wenn ich sterbe, weißt du warum. Wenn ich sterbe, weißt du warum. Ich kann dich amüsieren. Einfach so. Esser. Echt. Scheiße. War geil. Wo bleibst du? Sollen wir das Feuer anmachen? Hast du den Schlüssel? Nein. Nein. Dann hast du Lichtzauber dabei? Nein. Na dann. Pass auf. Ich hab ein Zaubertrick. Ja, wir sind damit reinlaufen oder was unterschiedlich. Nein. Warte mal. Mein Schwert wird schon genug leuchten gleich. Ja. Das dumme ist, dass du den Schlüssel, glaube ich, erst bekommst du den Boss gekillt hast. Dann verstehe ich nicht, warum das Feuer man jetzt nicht zünden kann, weißt du? Okay. Oh no. Erstmal die Sunpreise, ne? Weil du wirst ziemlich dunkel. Go! Also das Intro wieder ansehen. Nein! Mein Ruff läuft aus. Echt? Auch im Intro? Ja. Ja. Auch in der Katze. Ich mag ja nicht. Sieh. Ja, sieh. Bäh! Ich mach echt wieder Feuersturm. Also ich will auch keine. Den habe ich auch nie mal geblieben, weil er am attackieren ist. Sieh! Boah! Jetzt aber. Komm her! Ja! 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 Boah, Alter! 500 Damage mach ich! Du bist echt tot! Ich heiß! Nice! Komm ich linke hier ein bisschen ab. Halte. Puh! Oh schau! Pyromant! Was ist da weg? Oh! Wo kommt der denn? Oh! NG Bloss! das gibt es doch schon alter die sparen hier ist doch egal nein hey kacke wo ist die huel ja ich kann mich schon auf der kom konzentrieren ob da sagt ich hätte umgebracht ja leck mich doch engel plus noch lebe ich aber aber dennoch ja alter dass sie kaum ausweichen und dann kommt auch feuer überall ja leck mich doch ja du schaffst das ich will nicht sterben bin moralisch fein hier steckten zauber ich jetzt raus ich habe keine davon ich bin tot ich habe keine setzen zaubern und mit schwert bin ich nichts ja scheiße enge plösser warum ist man natürlich zwei pyromanen werden das erfunden gute wie 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 xD